Hallo und herzlich Willkommen in der Wunderkessel-Küche. Ich bin Kain und heute mache ich für euch Schweine-Medaillons mit Zwiebelkruste. Ein relativ langwieriges Gericht, also ihr werdet vielleicht merken warum, aber mit sehr wenigen, sehr einfachen Zutaten. Umso wichtiger ist, dass man das Material, das Auslösungsmaterial entsprechend auswählt und gute Produkte kauft. Wir beginnen zuerst mit der Zwiebel-Soße oder der Zwiebelkruste, denn die Schweine-Medaillons, die werden in einer Auflaufform nachher mit Säbiger überbacken. So und wir beginnen. Und diese Zwiebelkruste, die machen wir natürlich im Thermomix überbacken, müssen wir nachher in unserem Backofen machen. Das kann der Wunderkessel leider noch nicht. 800 Gramm Zwiebel habe ich für euch vorbereitet und geführt. Die passen auch wunderbar in den TM5. Das Rezept, das ich euch heute vorstelle, funktioniert aber genau für den TM31, der ja ein bisschen kleineres Volumen hat. So, wir zerkleinern die Zwiebeln drei Sekunden auf Stufe 5. Schau mal nach, jawoll, das sieht gut aus. Als nächstes kommt die Müll dazu und wir düsten die Zwiebeln an. Ja, muss man gerade gucken, jawoll, ist alles klein genug. Immer schön nach unten schieben noch mit dem Schaden, weil sich das oft da oben ja festsetzt und dann kann man das jetzt einfach noch andüsten. Andüsten natürlich mit Öl, 40 Gramm habe ich hier dabei. Und wir müssen ja normalerweise, wenn man Zwiebeln anüsten, zweieinhalb Minuten. Bei der Regel allerdings fünf Minuten in der Baroma-Stufe. Stufe 2. Und ganz wichtig, Linkslauf, damit die Zwiebeln jetzt nicht noch weiter zerkleinert werden. So, die fünf Minuten sind um, aber wie ihr euch sicher denken könnt, so ganz gedünstet sind die noch nicht und das ist auch richtig. Wir machen jetzt noch 30 Millimeter Maisweinessig dazu und ebenfalls nochmal auf der Baroma-Stufe drei Minuten im Linkslauf, Stufe 2. Wichtig hierbei ist, wir lassen den Deckel offen, damit das alles schön absehen kann. So, die Abfüllphase ist vorbei. Das heißt, unsere nächste Zutat kommt dazu und es sind 300 Gramm Crème fraîche. Und dann kochen wir das weiter oder englischt es weiter, diesmal 80 Grad für fünf Minuten, Stufe 2 und ebenfalls wieder im Linkslauf. So, und damit kommen wir dann auch zur letzten Phase unserer Zwiebelmischung. Es fehlt lediglich noch etwas Senf, das heißt etwas, das sind 60 Gramm, die ihr da noch reinmacht. Eine Prise Zucker, ein bisschen Salz und natürlich etwas Pfeffer. Das Ganze jetzt drei Sekunden, Linkslauf, Stufe 3 vermischen. Und jetzt muss diese Mischung, bevor wir sie weiterverarbeiten können oder bevor wir damit weiterarbeiten können, etwa eine Stunde in den Kühlschrank umzuziehen. Ihr könnt das entweder direkt im Kessel machen, ich fülle das jetzt hier in eine Schüssel rum. Dann kann ich den Kessel schon mal sauber machen. So, während unsere Zwiebelmasse jetzt etwa eine Stunde im Kühlschrank abkühlt, zeige ich euch, wie ihr die Medaillons bzw. das Schweinefilet vorbereitet. Ihr kauft etwa ein Kilo Schweinefilet und schneidet das in zwei Zentimeter große Stücke. Wenn ihr euer Wetter nicht fragt, macht ihr das vielleicht auch. Meiner macht das immer für mich, der ist ein absoluter Hit. Also, dann haben wir solche Medaillons hier und die umwickeln wir jetzt mit Schinkelspeck. Das nennt man übrigens Barbieren. Das ist ganz praktisch, denn a erhält es halt das Fleisch, das wird nicht trocken, schützt es vom Austrocknen und gibt dem Ganzen nochmal ein zusätzliches Aroma. Also, jedes Medaillon hier mit so einem Stück Schinkenspeck umwickeln. Ich habe jetzt zwei 200 Gramm Packungen gekauft, das ist genau aufgegangen. Kann ich euch nämlich zeigen, weil die anderen habe ich schon mal vorbereitet. So sieht das dann aus, die kommen alle in eine große Auflaufform. Ihr heizt euren Ofen auf 225 Grad vor und ich schalte jetzt aus. Ihr braucht jetzt nicht die ganze Stunde zu warten, bis das alles abgekühlt ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, unsere Zwiebelmischung ist schön durchgekühlt, hat etwas gezogen. Wir rühren das jetzt nochmal um und verteilen das jetzt hier auf unsere Medaillons. Der Ofen ist ebenfalls vorgeheizt auf 225 Grad. Da kommt die Auflaufform jetzt rein und zwar für 30 Minuten. So, ich habe jetzt gerade überlegt, während unsere Schweinemedaillons in Zwiebelkruste im Ofen warten, dass sie fertig werden. Brauche ich nicht zu warten. Ich habe mir gedacht, ich mache einfach ein paar Rosmarinkartoffeln dazu. Wie das geht, ist eigentlich relativ einfach. Ihr nehmt festkochende Kartoffeln, am besten die kleinen, kocht die ein bisschen vor und dann ratet ihr die ganz scharf an in der Pfanne. Da kommt dann so ein Rosmarin-Pesto drauf mit Honig, Olivenöl, frische Rosmarin, etwas Salz, frischen Pfeffer aus der Mühle. Da gibt es ganz tolle Rezepte und Vorschläge in unserem Wunderkessel-Forum. Außerdem, Salat habe ich auch schon vorbereitet. Soße kommt gleich drüber. Ich glaube, das sind die perfekten Beilagen für unsere Medaillons. Ihr könnt natürlich auch andere Beilagen dazu machen. Es reicht auch eigentlich Salat, frisches Baguette irgendwie oder Herzogenkartoffeln. Vielleicht erkläre ich das mal in einer anderen Folge, wie man die zubereitet. Die macht man dann auch im Backofen. Auch die Rosmarin-Kartoffeln könnt ihr natürlich im Backofen machen. Aber ich bin ein großer Brat-Kartoffeln-Fan und das sieht schon mal gut aus. Es riecht auch gut und unsere Schweine-Bedalions sind auch gleich fertig. So Leute, es ist soweit. Die 30 Minuten sind um und ich denke, unsere Schweine-Bedalions sind sehr sehr cool. Also es riecht wirklich absolut fantastisch. Das ist doch ein bisschen flüssiger als ich dachte. So Leute, jetzt kommt mein absoluter Lieblings-Part hier in der Burger-Kessenküche. Nämlich das probieren. Also das Fleisch ist wirklich wunderschön durch. Es ist ganz zart. Wie gesagt, dieser Speck außen rum, der verhindert ja das Austrohrknöpfel. Es gibt auch echt nochmal tolles Aroma. Man riecht es auch. Also ich bin absolut sprachlos. Ne, das ist wirklich sehr sehr cool. Hat jetzt natürlich ein bisschen länger gedauert, dadurch, dass diese Zwiebelsoße oder diese Zwiebelkostik ziehen muss. Aber die Arbeit hat sich echt gelohnt. Das war ja nicht viel Arbeit. Dauert halt mal ein bisschen. Aber im Grunde Spaß. Das ist ein tolles, tolles Essen. Sonntagnachmittag, irgendwie Freunde einen Abend schnell fertig machen. Ist super einfach. Besorgt euch gutes Fleisch. Das ist das A&O. Gute Qualität. Und dann steht einem wirklich fantastischen Bewusstseins mehr im Wege. Ich hoffe ihr probiert das mal aus. Und wenn ihr das gemacht habt, schreibt mir runter in die Kommentare, wie es geschmeckt hat. Wenn es euch geschmeckt hat. Wenn euch das Video gefallen hat, einfach ein Like da lassen. Freue ich mich drüber. Und natürlich unseren Kanal abonnieren. Dann gibt es noch weitere so tolle Rezette, wie unsere Schweinemedalinos mit Zwiebelkostem. So. Ich muss jetzt Schluss machen. Weil hier steht ein Teller. Der muss vergessen werden. Alles Gute. Ciao. Das war's.